Ich bin München. München ist mehrsprachig. Unsere Mission ist die Unterstützung und Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur. Unser Beitrag zur Unterstützung der besseren gegenseitigen Verständnisse sieht so aus. Erstens organisieren und machen wir mit bei verschiedenen Events, in denen Kinder und Jugendliche verschiedene Kulturen kennenlernen. Zweitens organisieren wir Bildung, Sport und andere kulturelle Veranstaltungen. Und das ist unser Beitrag zur Unterstützung internationalen Verständnisses und der Mehrsprachigkeit der Stadt, in der wir leben.